Tobi? Ja? Wann sind wir da? Dauert. Tobi? Was? Ich muss aufs Klo. Tobi, können wir nicht irgendwo anhalten, ich habe Hunger. Ich fahre seit der Hardack schon längst ranfahren. Tobi, wie lange dauert es noch? 5,5 Dollar. Wir kommen halt sowas unterstellt. Ja, aber ich muss in drei Minuten aufs Klo ansonsten und wir sind in drei Stunden aufs Klo. Das ist leider mal die Hälfte. Da kann man auch nicht Kilometer fahren. Ja, da müssen wir als Standort fahren. Ja. So, wir sind in Berlin angekommen. Wunderschöne Stadt. Gell Flo? Ja. Wahnsinn. Viele Sehenswürdigkeiten. Das Wetter ist auch richtig gut. Das müsste der Bundestag sein da oben, oder? Das ist der Berliner Glaspalast. Ne, das ist das Stadion von Harta BSC. Das ist das Stadion von Harta? Ja, das Stadion. Da war ich schon mal drin. Okay. Und da vorne müsste es Brandenburger Tor sein. Das ist gleich hinter dem Haus. Also noch sieht es ja nicht so wunderschön. Ja gut, da ist das Brandenburger Tor, Julian. Das ist so klein, oder was? Ja, bislang. Ah, okay. Da zum Durchlaufen. Ja, wir sind mir größer vorgestellt. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wie lange haben wir noch Zeit? Eine Stunde, ja. Okay. Da sind wir mindestens eine halbe Stunde, bis wir hier sind. Total. Sind wir durch, bist doch die Stadt. Kann ich nicht empfehlen. Ja, in Berlin ist schneller mit den Öffentlichen, aber als Anderer hast du halt angesagt. Oh, geil, Tunnel. Äh, Brücke. Da stehen bestimmt ein paar Zander drunter. Jetzt gebe ich noch. Oh, geil, hier geht es mal. Wow. Ja, ich bin jetzt nicht entspannt. Weigbe ich fast. Ja, klar. Ich bin jetzt nicht ausgerissen. Wir haben hier mal. Alter, bist du dicht oder was? Alter, bist du? Das war's für heute. Ja, wieder mal weg. So, wie wir kommen. Wir sind auch hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Ja, und dann haben wir hier. Die Teilnehmer, die nächsten Lieblingsgrüder gehen am Doreen Club. Ich bin hier aus in der Wolfbox. Schauen wir mal, weil wir schwanken. Ist das auch dein Ding? Ultraleip? Ja, gut. Ich mache Kraftsport. Ich arbeite bei der Gravitationskraft. So, jetzt haben wir hier die Anglerprofis in Predatorfishing. Die sollen uns mal zeigen, wie wir morgen Raubfisch fangen. Mal gucken, ob wir das kriegen. Barsch wäre geil. Ja, das ist so. Was meinst du? Ihr seid Profis? Ja, aber ich würde gar nicht so große Gummis fischen. Ich würde... Auf Barsch. Wir fischen ohne Scheiß, wenn wir bei uns am Wasser sind. Fischen wir den ganzen Tag nur so was. Und damit fangen wir alles. Zander, Hecht, Barsch. Drei. Weil jetzt ist halt Brutzeit, oder die Brutzeit war gerade. Die Fische sind nur so groß. Okay. Deswegen brauchen solche Hechte solche Fische fischen. Nur, wenn die Fische nicht so groß sind. Was wollen wir da drüber? Schickköpfe, so wie Fische hier. Nur mit zwei Nuller. Mit zwei Nuller. Das Angebot ist auf jeden Fall nicht schlecht an Schickköpfe. Ja, das stimmt. Das gibt's ja wirklich alles jetzt. Der Fische hat vier Aktionen hinten, wenn du den Arsch nicht zu groß hast. Okay. Und der Kopf ist so klein, dass er den einfach so wegzieht. Das heißt, wenn du jetzt mit 10 oder 20 Gramm fischst, ist er viel zu schwer. Das heißt, der Barsch kriegt den gar nicht mehr rein oder gar nicht. Okay. Welcher Wobbler ist der Beste? Mit welcher Wobbler fängt man immer Fische? Das ist eine gute Frage. Ich angle nicht mit Wobbler. Hier so was klein. Da bin ich ein Schwabe, da bin ich zu geizig. Parasies vor Rauf Fischanglern. Läuft. Jetzt auch nicht mehr. Zwei Meter. Könnt zu tief sein. Neun. Ist nicht ganz oben. Ich bin hier nicht. Neun. Wir haben nachher Berlin Tag und Nacht hier. Der Junge, rum geht hin Jungs. Ich hab auch noch Höhen. An die Neun geht's. An die Neun. In die Neun. Neun. Ich glaub, der Peter schläft schon. Nein. Ich bin so müde. Ich fahr gleich in Ohnmacht. Ganz hoch. Wann? Da gibt's 14 Stöcke oder was? Junge. Ich hab's ja. Ich hab's ja. Ja, ich hab's ja. Ich hab's ja neun. Wer wohnt denn das? Zufällig getroffen hier. Im Aufzug. Die ist für nie. Wir werden draußen müssen. Was? Wir werden draußen müssen. So. Das ist unser cooles Hotelzimmer. Mahlzeit. Du willst nichts aushalten hier? Ja. Was eigentlich fehlt? Bier. Uff. Ah, ich will grad losen. So. Der Blick von unserem Zimmer. Oh, jetzt mal meine Kamera festheben. Das hat Fendi nicht runterschmeißen. Oh. Jetzt weit runter. 40 Meter. Ah, schon geil hier. Tobi. Der schläft. Wir sind grad heimgekommen. Jetzt ist halb sieben. Ey, wir müssen aufstehen. Wischen. Und frühstücken. Und dann geht's fischen. Tobi. Oh. Fangen hat eh nix. Hä? Fangen hat eh nix. Das sehen wir ja dann. Beide der Stelle ab, die will jetzt auch schlafen. Hier ist unser Hotelzimmer. Ziemlich geil eigentlich. Stopp. Jetzt waren wir genau eine halbe Stunde drin. Ja, eine halbe Stunde Aufenthalt haben wir hier. Wir hatten noch Berlin erkundet. Kulturell und historisch. Ich bin Schneider. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen Leute. Wir fahren jetzt zum Angeln. Die Anden sind schon vor. Wir hätten mal wieder verpennt. Aber wir sind heute Morgen erst um sieben vom Feierer heimgekommen. Ja, jetzt sind wir halt eine Stunde hinterher, oder? Ja, aber das ist ja scheißegal. Eigentlich eine Stunde. Ja. Gucken wir mal, ob wir was fangen. Das Wetter ist, naja, es regnet ein bisschen, bewölkt. Aber jetzt geht's noch. Den auch Gwitter gebracht. Hoffen wir mal, dass kein Gwitter kommt. Ja, also. Dann sieht man sich nachher auf jeden Fall mit den Anderen wieder. Jo, dann. Bis dann. Fahre wieder weiter. Bis dann. Ciao. 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 So, herzlich willkommen in Ostdeutschland. Hey, die Straße. Wir sind so über was von krank. Ich weiß ja nicht, was das Navi würde machen. Das Navi würde einen Scheißträger unter mir machen schein. Aber das kann ja fast nicht richtig sein. Das ist echt brutal über was von Straße wir fahren. Dann kommt immer so Pflastersteinstraßen, wie in der Innenstadt. Ah, jetzt geht's wieder. So, wir haben noch zwölf Minuten, dann sind wir da. Zehn Kilometer sind es noch. Und dann fangen wir ein paar Fische. So, wir sind jetzt gerade angekommen. Richtig schöner Fluss. Die Anderen sind schon voll beim Anlagen. Die Anderen sind schon auf dem Boot. Angeln all around. Das Beste kommt wie immer zum Schluss, oder? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Grüßt euch. Grüßt euch. Der Kameramann. Super. Habt ihr es noch geschafft? Habt ihr ein bisschen länger gebraucht, oder was? Ja, ein bisschen. Schlafen ein bisschen. Okay, macht ja nichts. Sag mal, wir sind ja sowieso unter Mittag jetzt. Ob man jetzt fischt, oder später am Abend. Ja, wir wollen dann doch ein bisschen Vorsprung lassen. Ja, na klar. Wir haben ja immer wieder gedämpft. Werden es halber, ja. Ja, Mensch, die Anderen haben ja alle schon ihre MyFishing-Box für heute bekommen. Wir haben ja eine spezielle zusammengestellt. Okay. Hol dir mal deine auch noch ab oder eure. Und zwar haben wir speziell zusammengestellt hier natürlich für die Havel, das ist alles mögliche hier drinne von Wobbler, Oberflächenköder, Spinner, Gummis, Aufkleber, Süßigkeiten, alles. Du musst bloß was damit fangen. Perfekt. Ja, jetzt ist ja der erste, der erste Rutsch ist mit den Booten raus, nachher tauschen wir mal durch. Okay. Aber vom Ufer ist man hier auch nicht schlechter gestellt. Ja, das ist ein Taschmord-Seinverbot. Ja? Mir war auf jeden Fall was voll. Mir fangen immer auf. Ja, ja. Alles klar. Wo kommst du denn her vom Dialekt her? Äh, ne, von Stuttgart. Ach, Stuttgart. Ja, der ist ja noch der, der ist ja noch ein Schwabe hier. Ja? Ja, ja, genau. Cooler Akzent. Alles klar. Du, ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank. Und dann bis später. So. Schauen wir mal was in der My Fishing Box drin ist. Wow. Sieht aber schon geil aus. Ja. Im ersten Blick. Schaut es euch mal an. Eine komplette Box von einer Kunstköder, Spinner, Wobbler, Snacks. Gummifisch. Gummifisch. Einfach verschiedene Wobbler, Wolframfahrfächer, kleinere Wobbler, so ein Krebs oder so. Kann man einen Dropshot führen oder einen Bleikopf. Was zum Naschen. Geil. Also kurz eine Erklärung. Die My Fishing Box, die kann man abonnieren. Und dann kriegt man da jeden Monat, glaube ich, verschiedene Sachen zugeschickt. Und dann kann man die halt testen und wenn ein Köder bei einem gut fängt, dann kann man sich kaufen halt. Das ist gleich echt eine geile Sache. Ja. Ein paar Aufkleber sind noch dabei. Ein kleines Buch. Ich bin kein Lob. Und dann kriegst du einen Schlatz. Oh. Spinnerbait. Oder das Kraut und so. Also, jetzt habe ich aber echt noch so ein Fischchen. Ich auch. Nehmen wir los. Also, bis gleich. So Leute hier. Ich übernehme jetzt mal Jens Schaub, weil Jens ist noch nicht da. Der hat sich wahrscheinlich verfahren, wa? Ja. Wahrscheinlich. Ich gebe euch mal hier Lieblingsköder. Guckt mal. Ist ja wie Weihnachten heute. Käpt'n. Ich glaube, die sind ganz... Muss ja mal gucken, steht da hinten drauf für welches Wetter. Ja. Gibt ja die 4-Farbe-Methode. Whisky ist mein Lieblingsköder. Mhm. Whisky-Cola. Hehehe. Und... Sali. Ne? Genau. Reicht das euch? Ja, ja. Super. Danke, sag ich mal. Genau. Also, jetzt könnt ihr ein bisschen vom Ufer aus angeln und nachher, wenn die Boote kommen, da sind auch Guides. Die fahren euch dann da irgendwo hin, wo es beißt. Ansonsten kann man immer jetzt... Ist ein Guides auch dabei? Ja, ja. Von Einheimischen, die sich auskennen, ne? Geil. Ja, genau. Ja. Super. Gucken wir mal, was geht. Ihr seid ja auch keine Anfänger mit Raubfisch. Ja. Ihr seid ja all-round. Ja. Das gehört auch dazu. Na ja, cool. Dann viel Erfolg. Okay. Dann lad's schon mal hier ein bisschen drauf. Ja. 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 Erf. Ä decir, da ist alle Lutherrikes anruhigen. Ich komme das mal zu. Ja. 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 So, wir sind jetzt an der Havel angekommen. Jetzt wird erstmal eine Runde vom Ofen aus mit der Spinnrote gefischt. Viel Tackle haben wir nicht dabei. Ein paar Gummifisch, ein paar Wobbler. Und was wir jetzt vorhaben, wenn wir ziemlicher Wind haben, wir gehen jetzt nur die Bucht ab, wo das Wasser ein bisschen ruhiger ist, dass wir gescheit fischen können. Wir fischen halt mit kleinen Kötern auf Barsch. Ja, so was hier, fünf Zentimeter. Ein bisschen kleinerer, ich fische. Der ist ein bisschen größer. Der hat, glaube ich, sechs Zentimeter oder so. Ja, aber es geht eigentlich gut zum Fischen. Ein schwerer Bleikopf hinmachen. Gucken wir mal, wo wir fangen. Ein paar Wochen haben wir schon gemacht. Ich habe schon einen Nachläufer gehabt, aber der war Mini, der Barsch. Aber da geht bestimmt was. So, hier hat gerade eine Rapp verkraubt. Ja, wir werfen mal mit einem Mikro-Stick-Präter jetzt hin. Für die Oberfläche. Knappt runter, kommt schon. Hast du gefangen? Hier, kleine Barsch. Oh, dann raus, hier. Jetzt musst du auch liefern, labern. Petri Heil, ein kapitaler Barsch. Der ist ja gar nicht so schlecht. Die andere war der halb so groß. Könnte er zum Ansitzangeln heute Abend nehmen. Petri. Wir müssen so nach rangehen, dass er groß wird. 30 hat er, oder? Wir fischen jetzt immer die Uferbereiche ab. Komm ich für den Woppler, den Woppler hat richtig gut geklappt, gerade der Suspender, den kann man einfach mal stehen lassen, die Barsche spielt auch noch gut mit. So, der Tobi hat sich auch eingeschneidert, Kapitaler Barsch, Petri, der Woppler ist anscheinend gar nicht schlecht oder? Der läuft gleich. Zeig mal in die Kamera. Oh, funktioniert. Das 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 funktioniert. Dasенняflation. So, Hecht beim Guide. Oh, nicht was ist? Rapfen. Rapfen? Ja, das ist ein Rapfen. Petri, heil. Petri, danke. Fisch jetzt da. Der erste Rapfen, den ich live sehe. So. Einmal meinen Barsch. Den müssen wir mitnehmen, der blutet auch schon. Und beim Tobi auch einen Barsch. Oh, der ist schön. Der hat sich den Gummifisch voll reingekaut. So, Doppeldrill. Einmal Barsch. Bleib wieder freilassen. Und beim Tobi den auch mal rausgefangen. Geiles Teil. Super, dein erster Fang heute, gell? Ja. Willst du den Release, oder was? Ja. Ist aber verboten. So, endlich einen schönen Barsch. Der größte von heute. Ach, der ist schön. Sauber. Petri, heil. Danke. Oh, Petri, aber mir. Danke. Sorte. 28. Schon im Treff dazu. Auch mal. Schöne Fische. Gummifisch auch voll reinkaufen. So. So. Hecht. Schön. So, da ist das gute Stück. Schöner Fisch. Gute alte Meps. Geht immer. Petri. Danke. So, jetzt noch mal ein schöner Barsch. Wir hören uns demnächst auf. Macht auf jeden Fall Spaß. Auf den Gummiköder. Auf Wobler geht gerade nichts mehr. Auf Gummiköder ballern sie immer noch drauf. Schön. Wunder. Höhö. Höhö. Kleine. Baby-Hack-Eigstiege. Du konntest mit einer Handlosigkeit halten. Boah, ich glaub das sollte doch schon kurz halten, der ist so groß. Der Spundermaßig, der kommt natürlich sofort wieder zurück. Sauber, davon hätt ich gefangen. Ja, das ist halt nur ein Rapper. So was gutes eingestiegen hier. Ja, wieder ein schöner Hecht. Petri, Petri Heil. Der macht einen Twister hin und sagt, mal gucken ob der läuft, ein Wirf, Hecht. Vielen Dank. Super. Nicht so'n schöner. Und Jungs, wie sieht's aus? Schönes Wetter, keine Fische. Aber Hecht kriegst du heute. Ich hab noch zwei rausgeholt. Spielereihe. Hast du auch noch was zu tun? Ja, ein bisschen. Ich muss ja vorhin nicht ein bisschen beeilen. Ich will heute auf einer Einweihungsbahn fahren. Ja, brauchst du nicht. Ja, brauchst du nicht. Na denn? Ja, wir fahren jetzt auch schnell. Aber wir machen jetzt auch Schuss. Ja. Schön Heintopf. Wollen wir mal Wasser rein auf ein härtes Ding? So, jetzt kommen wir schon zu meiner Route oder besser gesagt zu meinem Spot. Und zwar, ich hab die rechte Route, die liegt oberhalb von der Kante. Da hab ich die Route bloß so rechts rüber geworfen. Hab eine Handboilies drauf gefüttert, ein paar Pellets. Und die linke Route hab ich genau unterhalb von der Kante. Weil, dann kann ich die Fische abfangen. Wenn sie von oben kommen, krieg ich sie mit der einen Route. Wenn sie von unten kommen, mit der anderen. Hab jetzt vielleicht anderthalb, zwei Kilo drauf gefüttert. Ich hab mir gar keinen Stress gemacht, weil es wird ganz easy. Zwei Fiederrute. Jeweils zwei Tauwürmer drauf. Oder ein Tauwürmer und ein paar Dendropenas. Dann hab ich es rausgeworfen. Ich hab nur 100 Gramm Blei. Das ist eigentlich zu wenig. Aber das treibt es dann irgendwann an die Steinpackung ran. Und da bleibt es dann liegen. Und da sammelt sich dann hoffentlich auch die Nahrung, denke ich mal. Ja, wie gesagt, hier kriegt man keine Banksticks rein. Rotpott haben wir noch dabei. Da sieht das Ganze hier ein bisschen provisorisch aus. Aber man muss halt immer überlegen, irgendwie. Auf jeden Fall passt das so. Und hoffen wir mal, dass da irgendwas beißt heute Nacht. So, du hast jetzt deine Route an und ausgedrückt, so wie ich gesehen hab, oder? Ja. Auf was fischt du jetzt? Also ich versuch's auf Karpfen. Ich hab an beiden guten Beulis drauf. Und ja, hier ist es ein bisschen schwer wegen der Steinpackung. Da haben wir jetzt ein bisschen rum gemacht, sonst müssen viele auch hängen liegen. Ja, aber jetzt haben wir alle, denke ich mal, die Kante gefunden. Haben ein paar Beulis drüber geschmissen. Ein paar Pellets. Okay, hast du noch viel gefüttert, oder? Ja, es geht. Okay. Ein paar Hände voll. Ja. Machen wir jetzt auch nicht wirklich so die große Hoffnung hier. Weil ich finde den Spot nicht so gut, oder? Wie sieht's bei dir aus? Das ist allgemein die Fußkarpfe hier. Ohne Vorfüttere. Weiß nicht. Oder wenn du guckst hast. Ich gehört viel Glück dazu. Oben an eine andere Stelle. Da haben sie ja auch Fische gefangen. Und ich vermute mal, wenn die Fische von oben runterkommen, auch in Deutschland, da haben er nichts gefangen. Die zählt wahrscheinlich die Kante entlang. Ja. Ja gut, man kann nie wissen. Vielleicht haben wir ja auch Glück und bei einem läuft die Route ab. Aber es ist halt immer schwer zu sagen, weil wir das Gewässer halt einfach nicht kennen und wir nicht wissen, was hier halt los ist. Bei unbekannten Gewässer ist es halt immer so einfach. Ja gut, das ist überall so. Und sonst? Der restliche Tag gut gefangen? Ja. Oder wie war's? Guck mal, erzähl. Ja, es geht. Also mit der Spinute, ihr wisst ja. Seht ihr dann auch in den anderen Videos. Nicht so mein Fall. Okay. Ich war der unglücklichste Angler. So, gefangen ist gefangen. Barsch. Die größten Barsche, die hier je gefangen wurden. Ne, aber nur kleine Barsche. Aber immerhin. Und bei dir oder bei euch? Ja, ist eigentlich richtig gut gefangen eigentlich. Gut gelaufen, ja. Also Barsch bestimmt 40, 50 Stück. Ja. Also viele kleine 10 cm. Viele sind auch wieder weggeflogen. Aber war ganz geil, macht Spaß. Das Gute war, oder was ich eigentlich cool fand, wir haben einfach auf alles gefangen. Wir haben mit Wobbler gefangen, wir haben mit Gummifisch gefangen, mit Spinner. Ja, du musst halt immer ausprobieren, was läuft und so. Das war echt top. Also bei uns hauptsächlich, wo sie gebissen haben, waren auf die Wobbler. Okay. Die kleine Mini-Wobbler, oder? Ja. Das haben wir auch gut gefangen. Wegen den Brutfischen, wie der ja gesagt hat, auf dem Boot. Der Guide, der bei uns noch dabei war, hat noch einen Rapfel gefangen und zwei Hechte. Ich habe noch einen kleinen Hecht gefangen mit so 25 cm, 30 cm. Und noch einen Hecht verloren. Da habe ich rausgehofen und dann komplett alles abgelöst. Wahrscheinlich hinter dem Stahlfahrfach, der wahrscheinlich voll genommen war, war auch ein kleiner Wobbler. Ja. Ja. Schade aber. Kann passieren bei euch. Wie ist das? Sollen wir morgen noch mal eine Runde Spinnfischen gehen? Morgen früh vielleicht? Ja. Schauen wir mal, was wir machen. Gucken wir mal. Das reicht eigentlich jetzt wieder für eine Weile. Ja. Aber ich bin mal gespannt, was geht. Irgendwo geht bestimmt was. Ja. Ich würde gerade schon noch nicht fangen. Vielleicht probiere ich es ja morgen früh nochmal. Ja. Ja. Sollen wir was essen gehen? Können wir machen. Recht cool. Also, dann melden wir uns einfach später. Jo. Alles, bis dann. Ciao. So Leute. Die zwei Kinder wahrscheinlich schon lange. Die Angelfreunde. Moin Moin. Euch live zu treffen. Ja. Ebenfalls. Ebenfalls. Du bist Profis. Ferry ist nicht dabei, gell? Den hat er mich auch. Ja, für mich auch. Und? Wie war der Tag heute? Ist er gut gefangen? Absolut gut. Ja, also für die Bedingungen muss ich sagen, ist es okay, ne? Wetter war jetzt nicht, also wir haben Glück, dass wir jetzt nicht voll eine Regenpackung kriegen, aber für die Bedingungen war es okay, ne? Ich glaube, Rapfer gefangen, gell? Rappen, Barsch, Hecht hatten wir gehabt, ja. Also das volle Programm eigentlich. Zander kommt nachher noch im Dunkeln dann. Okay. Dann drücken wir euch mal die Daumen. Ja, danke. Müssen wir erstmal durch. Die nachts Spinnfische, das können die auch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall. Dann kann ich durchhalten. Ja, da muss man ein Gefühl haben. Aber man sieht echt viele Rapferrauben, muss man echt sagen. Ja. Also jetzt gerade nochmal, jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, jetzt ist es echt eine gute Zeit nochmal, denke ich. Also. Und dann nachts? Wurm? Ich denke immer, ja. Zwei mit Wurm raus. Ja, habe ich auch gemacht. Ganz easy. Kann alles kommen. Genau. Genau so sieht es aus. Wurm kann alles kommen. Ich muss nie vor Überraschungen sicher. Da hat das Lust. Also. Habt ihr jetzt auch vom Ufer was gefangen beim Spinnfischen? Ne, das hab ich auch gar nicht so extrem gemacht heute. Wir waren oben im Boot fast. Ich hab vorhin mal so 10 Würfe vom Ufer aus, aber das war gleich hier vorne. Und da standen hier 10 Mann und das war... Zeig mal, dann kommst du. Ist ja noch nicht dunkel. Genau. Das ist ein Zander. Wir bleiben optimistisch auf jeden Fall. Ja, immer. Gut. Wir müssen erst mal essen. Habt ihr noch was gefangen? Ja, wir haben ihn auch gut gefangen. Also viele Barsche. Auf den Ufer oder? Auf den Ufer haben wir nur so Mini-Barsche gefangen. Na ist okay, aber trotzdem. Der Guide hat gemeint, also der Einheimische hat gemeint, da ist halt überfischt die Strecke. Ist ja klar, wenn da jeden Tag einer rumläuft, dann verpisset sich die Große. Ja, vom Boot aus war es richtig gut. Ja, da kommst du halt besser an die Strecke machen und kommst an die bessere Struktur ran. Vom Ufer hast du halt das Problem, dass es immer relativ stupid ist. Ja, es ist alles gleich gerade hier. Und da einen Fisch zu finden, das ist ja nicht so... Im Boot kannst du halt schön an die Bäume ranfahren. Da waren ja heute auch so die Top-Spots. Bäume? Ja. Wir nehmen nur den Schilfgrundvergang. Ja, wir haben auch richtig gut an Bäumen gefangen. Ja gut. Da geht schon wieder los. Ja, wir müssen langsam mal wieder angeln. Also ihr angelt und wir gehen essen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal das Essen fassen. Okay, dann gehen wir. Alles klar. Also, so. Perfekt. War schön. War schön mit euch auf jeden Fall. Jo. Also, mach's gut. Ciao. Wie machst du das jetzt? Normal tue ich immer Faulinsen. Okay. Also einfach Absinkphase. Da kommen auch die Bisse immer von den Barschen. Aber man kann auch Variabelfischen mal einfach einholen. Flo, und wie läuft's beim Spinnfischen? Oh je. Frag lieber nicht. Wieso? Du hast einen Barsch gefangen. Ja, das stimmt. Was fischt da von den Köder? Ich bin ehrlich, ich habe mir die Rute vom Tobi geklaut. Ah ja, der kleine Fisch. Ja. Und dann habe ich jetzt den Gummifisch. Dann mit dem hat er gestern anscheinend ein Hecht gefangen. Ja. Kleiner Hecht. Ja, jetzt am frühen Morgen, kurz bevor wir gehen, wenn wir jetzt zusammenpacken, mache ich noch ein paar Würfle. Okay. Also fang mal was. Ich probier's. Ich tu mein Bestes. Okay. Peter, kräftig am Zusammenräumen. Ich bin jetzt am Zusammenräumen, ja. Ging die Nacht noch was? Ne, leider nicht. Schade, dass es vorbei ist. Okay. Ging bei euch was? Ne, auch nicht. Auch nicht. Ey, ich war erstaunt gewesen, wie viele Wollenkrabben hier sind, was? Okay, da hat er mir jetzt gar keine Probleme. Ne? Ne. Also die Jungs hier, die auf Mahlen kamen, die haben ja... Okay. ...eine Wicke gehabt. Aber da wird man bestimmt in einem anderen Kanal mitgeteilt bekommen. Von den Angelfreunden. Du hattest jetzt die komplette Nacht nur auf Wölz draußen, oder? Ich hatte nur auf Wölz draußen gehabt. Okay. Neue Gewässer kennst du nicht so richtig und dann... Ja. Ja, ich weiß ja selber wie es ist. Gut, aber hat ja gestern funktioniert mit dem Klopfen. Ja, aber bei zweieinhalb Meter Wassertiefe ist das eigentlich ein Ding, dass wir überhaupt was rausgekriegt haben. Also effektives Klopfen ist da nicht richtig möglich, weil der zieht von irgendwo von der Seite hin und da kannst du nicht mehr richtig reagieren. Okay. Also... Ja, ich sag mal so. Ist okay gewesen. Ne? Ja. Ja, dann lass ich dich jetzt noch voll abbauen. Dankeschön. Dann bis später. Wir sehen uns. Jo. Ja. Ihr seid auch fleißig am zusammenpacken. Muss ja nicht. Wir haben ja aber noch irgendwas drin in sich gerade. Flaschen. Im Zelt. Wir sind schon fertig. Ja. Wir sind schon fertig, ja. Was ist das denn von der Flasche? Wer die Jungs noch nicht kennt, Predator Fishing, auf jeden Fall mal vorbeigucken. Man hat richtig geile Videos im Rauchfischbereich. Ja. Und bei euch im Friedrichbereich, ne? Ja. Ihr schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei. Macht ihr wahrscheinlich eh, wenn ihr das Video gerade seht. Aber natürlich abonnieren den Channel. Und dann haut ihr weiter rein mit euren Flaschen. Wo seid ihr immer unterwegs? Baden-Württemberg und Bayern. Ja. Überall Flutsee. Wie fand's ihr denn jetzt so die letzten Tage? Richtig geil eigentlich. War lustig. Hast du auch so schöne Gewässer hier? Bei euch? Ja. Geht. Gibt alles. Von Porellebach bis zum Hechtgewässer vorwählen. Das ist schön. Eigentlich müssten wir bei euch vorbeischauen. So was haben wir bei uns gar nicht vorwählen. Welche zwar schon, aber... Wo kommt ihr hier? Aus Schleswig-Holstein. Ah. Ganz oben. Beim Wattenmeer oben. Nordsee. Hehehe. Lauter Nord liegt er hier. Genau. Ja Jungs, dann haut rein. Angel wahrscheinlich an der Weile, ne? Ja, bis jetzt noch. Dann geht's los. Also. Ciao. 1-2 Stunden Spinnfischer und dann fahren wir heim. Wir wollen jetzt auch noch mal raus. Mal gucken, ob noch was geht. Das stimmt. Fahrt ihr mit dem Zug dann heim oder? Genau. Wir werden mit nach Berlin genommen von Viktor. Okay. Dann, ähm... Wir werden da am Bahnhof rauskommen lassen. Gucken, was wir dann noch die Zeit machen. Und fahren dann mit dem Zug nach Hamburg. Von da nach Itzehoe. Und von Itzehoe nach Heide. Ah, okay. Dann sind wir zu Hause. Da vorne raus. Da sind wir wieder wieder fast. Ja, das ist ein Rast oder was? Ja, das ist ein Rast, glaub ich. Oder irgendwas. Kleines. Wir brauchen unsere Zeit weiter zusammen. Haut rein, Jungs. Probieren wir mal, wie wir entfangen. Schwerem Gepäck. Ja, ne? Fahrt ihr noch mal raus heute, oder? Ja, wir haben ja ein bisschen davor. Ja, cool. Bissere noch mit der Spinnrote. Mhm. Aber gestern hat's ja schon geknallt bei euch, oder? Ja, war richtig gut. Na gut, bei dir auch, hab ich gesehen. Ein schöner Hecht. Zum Schluss, genau. Das war noch mal krass, auf jeden Fall. Aber ihr habt ja den ganzen Eimer voll gehabt. Wart ihr das oder war das andere Boot? Das... Wir hat... Unser Guide hatte zwei Hechte und ein paar Barsche. Und einen Rapfer. Aber ihr auch? Ja. Ja. Ja, geil. Schade, dass es keinen Karpfen gebissen hat, ne? Ja, leider aber. Die Strömung war einfach zu stark. Die Blei hat's immer mitgerissen. Mhm. Und war halt alles am Ufer dann. Ja, bei denen hier auch, bei den anderen Profis. Ja. Ja, schade, aber gut. Jeder hat einen Fisch gefangen, oder? War doch schön. War geiles Wochenende auf jeden Fall. Ja. Bisschen fertig jetzt alle, ne? Gut. Aber wenig geschlafen vor allem, ja. Ja. Ansonsten, ja. Cool. Witsche, oder? Genau. Das Ding war, das war ja abgefischt. Die stellen alle gestern. Waren ja irgendwie zehn schon da. Aber im Seerosenfeld direkt hat der halt keiner hingeschmissen, ne? Ja, das hat bestimmt auch keiner gemacht. Das sind zu viele zumindest. Genau. Da mit dem Fröschen hat's geknallt. Flor hatte ja auch irgendeine krasse Attacke, ne? Das war geil. Bestimmt geil. In der Oberfläche, wenn's dann... Ja, wenn's knallt. Hab ich auch noch nie gemacht. Ja, müssen wir mal. Versuch das mal. Ich mein, wenn ihr schon mal da seid und die hier so sind, dann mach das mal ran. Habt ihr sowas? Naja. War in der Box keiner drin? Oder in der Oberflächenkülerin? Doch, da war einer drin. War da einer drin? Der weiße. Ja klar, der weiße. Von Stickbait, wo man... Ja, ja, genau. Und so einen ähnlichen haben wir bei manchmal. Okay. Da hat's geknallt raus. Den kannst du natürlich nicht durch das Kraut machen, wegen dem Drilling und so. Aber ist trotzdem geil. Hm. Wir gehen nachher eh mit Predator Fishing und Sport. Die kennen sich ja aus. Ja. Soll die es mal geil ein bisschen. Ja, das klingt schon hin auf jeden Fall. Die haben sie auch drauf. Ja, die haben wir gestern auch schon richtig gut gefangen. Ja. Ja. Nur mal so ein Piste wäre schon mal perfekt. Ja, genau. Das reicht eigentlich schon. Wer dann noch hängt, ist geil. Aber einfach mal diese so Action. Das ist halt da... Ne? Ein bisschen spannender als einfach nur so durchgrubeln und dann... Ja. Mal gucken wir mal, ob was geht. Macht das mal, Leute. Ich guck mir dann euer Video an auf jeden Fall. Ob's geklappt hat. Okay. Ja, zieht mal durch hier. Ja, mach mal. Das ist ein Kaffee. So, süßer Hecht bei mir ist der Hof. Der steht gleich wieder rein. So kann's weitergehen. Ja. Vielleicht lassen. Aber das ist einfach nur verrückt. So, mir ist hier so ein Altarm angesteuert. Die Jungs probieren's bisschen mit Oberfläche Köder. Und Gummifisch. Ne, glaub ich. Vielleicht geht da hier ein Hecht oder so. So, schöner Rapfen. Wir sind hier grad mit dem Angeln-Around-Team unterwegs. Die zeigen uns mal ein bisschen, wie man Rauchfisch angelt. Der muss auch noch ein bisschen wachsen, deswegen schnell wieder zurück. Petry. 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 Auf dem Gummifisch, gell? Ja. Schnell eingekurbelt über Steine und einen Batz. So, schöner Barsch beim Tobi. Der hat richtig geile Farbe geflossen. Petry. Danke. Einer von meinen größten jetzt von dem Trip. Richtig schöner Barsch. Petry. Danke. Na Jungs, wie sieht's aus? Ja, ganz gut eigentlich. Wir haben gut gefangen, sind zufrieden, Wetter ist gut. Ja, richtig geil. Wir können mal nach Hause fahren. War ein geiles Wochenende. Ja, auf jeden Fall. Kann man wieder heulen. Hat's euch auch gefallen? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Jungs, schaut mal bei den Angler-Profis 78 vorbei. Richtig geile Wetter. Auf jeden Fall. 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 Fahrt ihr jetzt ganz nach Hause, Fidjov? Ja, ich meinst du so. Haut rein. Wir sprechen doch mal wegen unsern Termin, ne? Ciao. Sauber Jungs. War cool. So, kleiner Hecht. So, mir geht es heim. Wir waren jetzt kurz noch auf dem Wasser für zwei Stunden. Und Jungs, war geil, oder? Das war fett. Also wir waren hier mit Angler-No-Round auf jeden Fall cool unterwegs. Hat richtig Spaß gebracht. Und die haben wir uns an gute Stellen herangeführt. Die waren gestern noch mit dem Guide unterwegs. Und heute nochmal genau mit uns an die Stellen gefahren. Und wir haben ziemlich fett auf Barsch gefangen. Wir haben jetzt so ein Wetter am Tor. So, wie geht es denn? Perfekter Abschluss. Ein paar Fische haben wir auch noch gehabt. Und ihr habt auch Spaß gehabt, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Also schaut bei Redator Fishing vorbei. Abo da lasse. Richtig geile Videos auf jeden Fall. Gerade für die Raubfischangler unter euch. Also, dann sieht man sich nächstes Jahr. Oder mal so irgendwann. Ja, das haben wir ja auch noch geredet, dass wir uns in Dänemark mal treffen. Damit wir natürlich im Urlaub sind. Und dann gucken wir mal was kommt. Also, ciao. Auf rein Leute. Tschüss. So Jungs, euch ist der Sprit ausgegangen. Ja, ja. Achso. Wir wollten gerade das Kaffee noch abholen, weil die Boote noch wegbringen müssen. Das ist alles eine Liste der Stunde. Und jetzt sitzen wir hier wie die lassen. Das ist auch nicht so gut. Mobile Tankstelle. Da kann man auch gleich voll den Schlag. Zum Glück haben wir Angeln auf Raun. So Leute, wir müssen uns daheim ankommen. Ja, endlich. Nach wie viel Stunden Fahrt? Boah, da haben wir uns gar nicht geguckt. Acht bestimmt. Ne, siebeneinhalb. Wir hatten auf jeden Fall fünf Mega Staus hintereinander. Ja, kurz weg ist auch noch. Ja, egal. Jetzt sind wir daheim. Also, mein Fazit war ein richtig geiles Wochenende. Wirklich perfekt. Alle mal live getroffen. Und alle sind wirklich korrekt. Also, ich habe keinen gesehen. Mit denen nicht sofort Fische gehen wird. Es sind alle super. Alle sind miteinander klar gekommen. Wir haben Fische gefangen. Richtig gut. Ja, ein Hammer Wochenende. Kann ich auch nur bestätigen. Nur coole Leute. Hat mega Fun gemacht. Wir haben richtig gut gefangen. Oder eigentlich alle haben gut gefangen. Ja, jeder konnte ein paar Fische fangen. Ja. Also, wir hätten zufriedenstellen. Kann ich auch nur sagen. Es war richtig cool. Mit den Leuten haben wir Spaß gehabt. Man konnte wirklich mit jedem seine Witze machen. Ja. So wie es halt am Wasser am besten ist. Einfach. Felix. Ey, Oliver. Frederschutz. Warte. Wo war ich jetzt? Am Wasser. Ja. Also, ich kann denen beide nur zustimmen. Es war richtig cool. Ein gelungenes Wochenende. Und ja. Ich würde sagen, jetzt packen wir zusammen. Oder besser gesagt, wir haben schon zusammengepackt. Ich muss noch weiter fahren. Noch ein bisschen länger wie eine Stunde. Aber wir wollen uns auch natürlich nochmal bei den Sponsoren bedanken. Angel Joe, My Fishing Box und Lieblingsköder. Ohne die wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Sagen wir alle mal Danke, oder? Ja. Danke. Dankeschön. Ja. Und richtig cool. Und auch coole Leute. Muss ich auch dazu sagen. Ja, das stimmt. Richtig coole Leute. Lieblingsköder, Angel Joe, My Fishing Box kann man mal vorbeischauen. Macht mir nichts falsch auf jeden Fall. Ja. Und ja. Hoffen wir, dass das für nächstes Jahr auch nochmal klappt. Und dass wir uns dann auch nochmal vielleicht live sehen. Und ja. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Am YouTube Fishing Day. Natürlich an die, die vielleicht auch mit vor Ort waren, dass es denen Spaß gemacht hat. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, beim nächsten Video. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eine Anlage noch. Die andere Kanäle sind alle in der Videobeschreibung. Habt ihr die Links. Könnt ihr wobei schauen. Abo dalassen. Genau. Also Flo, dann komm gut heim. Also Jungs. Richtig cool wie immer. Macht's gut. Ciao. Ciao Tobi. Ciao. Also wir sehen uns irgendwann in den Videos. Bis dann. Ciao.